Viral oder egal. Viral oder egal. Und das funktioniert, wie das ganze Spiel abläuft. Das zeigt uns unser Klick-Millionär. Der Mann, der im Internet zu Hause ist. Und der Nerd unter den Nerds in der Neomagazin-Royale-Redaktion. Hier ist Florentin Will. Hey Florentin, das ist ja echt ein sympathischer und zurückhaltender Auftritt. Klick-Millionär. Florentin hat einen Vertrag bei Zuyu. Ist so ein aufstrebendes Megaportal im Internet. Da machst du Millionen, oder? Ja, absolut. Ich habe jetzt meine erste Klick-Millionen zusammen. Und das lasse ich mir auch anmerken. Und kennt ihr Klick-Millionäre euch so untereinander auch? Also machst du Party mit Thilo Jung oder kommt mal Taddel zum Branschen vorbei? Absolut klar. Wir sind jetzt alle so. Ihr kennt euch alle. Das sind alles coole Typen aus dem Internet. Ach so. Und was wir tun, nur online. Ja. Oder sie, Entschuldigung. Nee, ist okay. Im Internet ist alles per Du. Ihr duzt euch da, aus dem Silicon Valley und so. Das ist ja echt... Da sind wir älteren Leute, wir kommen da ja gar nicht mehr. Wie funktioniert das Spiel? Also ich habe folgendes Spiel vorbereitet. Ich habe euch ein paar Videos mitgebracht aus dem Internet. Und die schauen wir uns gleich an. Und ihr müsst dann schätzen, wie viele Klicks diese Videos auf YouTube haben. Also wie oft sie schon aufgerufen wurden. Also ob das ein viraler Hit ist oder ob es ein egales Video ist. Ob es mega viel ist oder mega wenig. Genau. Das kann man doch relativ leicht erkennen an Videos. Na das werden wir sehen. Das ist das Spiel. Okay und was kriegt der Gewinner? Der Böhmann gewinnt das Internet. Was? Der Gewinner gewinnt das Internet. Okay. Ich bin gespannt. Erstes Video bitte. Run around. Hö. Was meinst du? Ist das wenig? Nee. Tipp 2 zuerst. Wie viel Views? Tipp mal. Oh Gott. Also ab einer Million ist es gut sagst du? Ja, absolut. Das sind schon gut. 180.000. Ich würde sagen 7 Views. 7 Views? Wir schauen mal wie viel es hat. 12 Millionen. 12 Millionen Leute haben sich das angeguckt? Das ist ein Punkt. Vollkommen zu Recht. Und die Katze musste noch nicht mal Helene Fischer küssen. Nee. Ein Punkt für Frau Becker. Herzlichen Glückwunsch. Das gibt es doch gar nicht. Sehr gut. Bravo. Wir sind doch ein altes Mal. 2-1. Sehr gut. Naja, vielleicht. Wir schauen einfach mal das nächste Video an. Vielleicht ist es einfacher. Bitteschön. Jetzt bin ich angefixt. Yes. Können wir das noch mal sehen? Ganz kurz. Einmal ganz kurz sehen bitte. Ich würde sagen. Vielleicht zur Analyse. Einmal noch. Vielleicht nochmal. Ja, nochmal kurz gucken. Einmal noch. Ich würde sagen, das hat 13 Millionen Views. Ich gebe ihm mehr. Mehr? Ich sage mehr. Es gibt noch eine umfallende Waffel, die ist aber schwer in Konkurrenz damit. Okay. Also wie viel? 50 Millionen. 50 Millionen. Naja, mal sehen. Naja. 40.000. Das ist völlig unspektakulär. Das ist so ein mittelmäßiger Neo Magazin Royale Film. Irgendwie so ein Florentin-Ulf-Kotte oder so. So einer. Ungefähr, ja. Also 1 zu 1. Ja, läuft doch. Ist doch gut. So ein tolles Spiel. Ja. Na dann, das nächste tolle Video. Bitteschön. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Seit 14 Tagen. Seit 14 Tagen. Seit 14 Tagen. 40 Tagen. Sagen wir mal so grob. Äh, 40.000 Klicks. 40.000? Ich würde sagen 41.000. Also mehr auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir mal rein. Jetzt kommen so 100 Millionen. Also Scheiß. Ich frage mich, weißt du, da fragt man sich, warum man sich hier so viel Mühe gibt, warum wir hier so Gebührengelder verzocken und verpulvern, wenn wir uns einfach mit einer Posaune am Briefkasten stellen könnten. Und irgendwie so, das ist ja, komm einen noch, einen noch und einen letzten noch. Okay, einen noch. Ich weiß auch nicht, wer gerade gewonnen hat, deswegen 2 zu 1. Und das nächste Video. Für Merit. Nee, hat nicht viele. Unter 10, würde ich sagen. Echt unter, oder 12 vielleicht. Da geht's besser, aber weil's so kacke ist, vielleicht hat's dann ganz viele Klicks. Ja, ich würde sagen 12. Ich sag 12. 12? Nee, nur 12. Nicht Millionen. 12? Ja, 12. Gut, dann sage ich 1000. Okay. Na dann, Auflösung. Yes! Nicht schlecht. Yes! Nicht schlecht. Aber gut. Aber ist unentschieden. Ist unentschieden. 2-3. Aber 4 daneben. Eine Entscheidungsfrage. Haben wir noch Zeit für eine Entscheidungsfrage, oder müssen wir Schluss machen? Nee, das Internet ist dein. Nee, komm, weil wir es eben verkackt haben, hast du trotzdem Musik, du darfst das Internet behalten. Echt? Wenn du das Internet behältst, dann darf ich aber deine Platte behalten. Ja, die darfst du behalten. Okay, förest es jedes Mal. Genau! Untertitelung des ZDF, 2020